Die Scherbe 21.55 Uhr Sie haben uns alles genommen Merck Unsere beste Freundin Und Kate Die wir erst frisch befreit hatten Es wird Zeit, dass wir da mal ein paar Köpfe gerade rücken, würde ich sagen Das war glaube ich nicht so gut Aber vielleicht muss ich da gar nicht lang Schauen wir mal Na, das war jetzt So nicht geplant, warte mal Das So Hier oben ist gar nichts Ich dachte, ich mache hier Special Moves und dann sowas Also ganz gemütlich schauen wir uns hier erstmal um Wie ihr seht, die Levels werden immer schwieriger Man muss sich jetzt wirklich gut überlegen Wo man jetzt langläuft Was man jetzt als nächstes macht Und ich habe Überhaupt keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkomme Das fängt ja schon wieder gut an hier Versuchen wir es mal hier Achso, schon mal hier So Und Naja, aber da oben muss ich auf jeden Fall hin Muss ich da nur irgendwie hochkommen So Da geht es auch nicht weiter Kann ich hier laufen? Ne, das reicht nicht aus Ist immer so ein bisschen knifflig, wie ihr seht Irgendwie muss ich doch da hochkommen Wann komme ich da lang, wenn ich da lang laufe Ne, das reicht nicht aus Wenn ich hier so Boah Boah, es reicht doch aus Okay, cool War genau richtig Da vielleicht nicht runter Es hätte klappen können, aber muss vielleicht nicht So, sehr gut Main Entrance Hier muss wieder irgendwo eine Da Ich finde nicht alle Taschen Das habt ihr ja schon mitbekommen Aber Naja Komm schon Die ein oder andere Was geht ab? Warum geht das nicht? Faithy Sie will da nicht hoch Komm schon So schwer kann das doch nicht sein Wo soll man denn sonst da hochkommen? Ein bisschen mit Anlauf So Ja Geht doch Logen wir sonst nichts mehr Tja, den kriegen wir nicht auf Drehen wir einfach mal an dem roten Rad Das wird uns bestimmt jetzt zum Ziel bringen Äh Ob das so gut war? Hohoho Das war Gefährlich Also wenn die Diese Raucheffekte einsetzen Dann fängt das Spiel das Ruckeln an Ich verstehe nicht warum Na super Hau ab Hau ab Boah Ich habe keine blöde Kanone Oh da sind gleich zwei Ja Das war wohl nix jetzt hier Ah Ich weiß gar nicht wo ich lang muss So vielleicht Er damit So her mit deiner Waffe Die Bullet Time ist dann doch manchmal Ganz interessant hier Können wir gut nutzen zu unserem Vorteil Bewegung, Bewegung Bewegung Ballrat eine Granate Lass mich das Teil aufheben Hier kommt So von hinten kommt keiner Wir ballern uns da jetzt durch Das ist kein Problem Ich mache euch fertig Einfach meine Schwester entführen hier Das bildet ihr euch ein Nicht mit Lady Faith Das geht jetzt wohl nicht hoch Mal schauen Das wird da hinten irgendwo lang kommen Wir sind sehr langsam mit der Kanone Aber ist kein Problem Wir sind auf jeden Fall gut geschützt Ach nee da sind wir reingekommen Das habe ich nicht irgendwie verlaufen Da geht es vielleicht weiter Level 1 A Ich kann alle Türen auftreten Das ist natürlich ganz cool Aber Das bringt nicht den gewünschten Erfolg Hier nehmen wir den Fahrstuhl Das ist immer eine gute Wahl Wie wir in einer der letzten Folgen gelernt haben Ist es sehr gefährlich Was geht ab? Warum schmeißt du den weg? Nicht wegschmeißen Ist es sehr gefährlich Fahrstuhl zu fahren Man kann sich den Nagel abbrechen oder so Ah da komme ich da also nicht hoch Also muss ich wieder hier Kanone liegen lassen Na super Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Gute Arbeit Durchsuchen Erschießen sie mich auch? Nein Sie sind Kates größte Hoffnung Waren das ihre Leute? Nein die sind von PK Pirandello Kruger Privater Sicherheitsdienst Was geht hier vor Miller? Der Modern Pope Hat sich rausgestellt Dass sie einen Insider hatten Roe Byrne? Ja Sie hatten recht Ich habe selbst versucht Antworten zu bekommen Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop Als Popes Mörder Keine Zeit für Erklärungen Gehen sie mit dieser Kommunikationseinheit Aufs Dach Dahin haben sie Kate gebracht Ich melde mich Wenn es sicher ist Ich halte sie auf Das Dach Gehen sie Jetzt Ah Kollege Vertrauen wir ihm mal Oh fuck Ja mit der Kanone Ja mit der Kanone Na wie viel hältst du aus? Naja Kanone ist schon nicht mehr Nicht mehr gut genug Jetzt habe ich natürlich keine weitere Das war jetzt ein bisschen blöd Einfach da so vorschnell Zeit dass wir hier wegkommen Ich will nicht gegen alle Auf einmal kämpfen müssen So Au Das hätte ich mir sparen können So halte ich doch nichts aus Da ist noch einer Kurz warten Das ist der Call of Duty Effekt Das Leben regeneriert sich schon wieder Ne 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 Es war so gut Es war so gut Es war so gut Bitte ey Oh man So Dann muss ich jetzt einfach mal warten Bis die kommen Was Wie felsen wir aus Verdammt So So Wo schießt du? Hopp Ich habe hier andere Waffen Das ist kein Problem Diesmal bin ich vorbereitet Freund Besonnen Das ist total schwierig Damit zu zielen Finde ich Das ist gar keine richtige Zielvorrichtung So Aber der ist auch erledigt Nehme ich wieder die Gute Waffe mit Und wir fahren Fahrstuhl Bewegung 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 von wo? Egal Ich muss weg Oh Das war nochmal Ist nochmal gut gegangen Würde ich sagen Fahrstuhl Musik Babam 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 Die Scherbe bietet Die Scherbe bietet einige Der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt Leider ist das Fotografieren in den Stoffwerken 90 bis 110 Nicht bestattet In unserem Souveniergeschäft Erhalten Sie doch Panuhaimer Bilder Und die T-Shirts Und eine große Auswahl Mit freien Fleck Und Erfrischungsgetränken Lassen Sie Ihre Waffen fallen Bleiben Sie wo Sie sind Und bereiten Sie sich Auf Ihre Verhaftung vor Die Scherbe Ich habe keine Lust Mich verhaften zu lassen Hier von euch Ja Soll ich da jetzt einfach Runterspringen oder was? Wie stellst du dir das vor? Einfach drüber springen Das ging gerade nochmal gut Gehen wir mal runter Also ich verstehe immer noch nicht Dass er sich keine Waffe Irgendwie mit einstecken kann Ich hoffe ja immer noch Wenn der zweite Teil kommt Dass dann Waffen irgendwie sozusagen Teil des Spiels werden Na was ist das denn bitte? Dann kam das Ding da Auf einmal runter Super Kannst nicht nach oben gucken Und dann kommt der blöde Fahrstuhl In dem Moment runter Muss ich warten bis der rum Da Okay Dann gehe ich da lang Da ist er gerade gewesen Okay So Und jetzt Darüber Was soll das denn gehen? Okay Er ist weg Oh Nein Vielleicht hätte ich mich irgendwie Direkt an dieser An diesem Rohr orientieren sollen Also wie ihr seht Das habe ich schon mal gesagt Die Levels werden immer schwieriger Aber es wird irgendwie auch immer Immer besser das Spiel Mir macht es auf jeden Fall Eine ganze Menge Spaß Oh Halt dich fest Nein das geht nicht Dass das nochmal ein schönes Untertitelung ist Oh Sau Kolob 1 Und dann ysz Vielen Dank. Vielen Dank.